Boah, sieht das geil aus! Mega! Ich werde gleich sterben, Muffin! Oh oh! Oh Gott, ich habe keine Heilung dabei! Ich werde nicht fliehen! Darf ich mal ausrehen bitte? Danke! Hallo und willkommen zurück zur neuen Röntgen von Avatar Frontiers of Pandora! Ja, lauter halt! Meine Güte! Was ist denn du für mich? Ah, empfangen! Wo kann ich eigentlich brauchen? Dankeschön! Nein! Ich habe versprochen mir Färbemittel zu bringen, aber sie ist jetzt schon ewig weg! Ich kenne sie gar nicht! Tut mir leid! Ich kann mein Material nicht selbst sammeln! Ohne Ikran! Wu Ahn wollte helfen, aber was wenn ich sie in Gefahr gebracht habe? Ich kann gerne nach ihr suchen! Oh wirklich? Sie sammelt oft beim schattigen Hain! Vielleicht kannst du ja dort nach ihr fragen! Ey, was ist mit Alexia los? Hallo, hallo, hallo! Bist du hier? Ah, da ist Alexia! Okay! Ich brauche eine Küche! Da ist eine Küche! Perfekt! Bist du eine Jägerin? Was? Ja! Ach Gott, wir haben so viele Sachen schon wieder! Oh, und Mods haben wir! Charakter! Halliballem! Was haben wir da? Schroppflinte! Grundlegend! 5% RDA! Warte, lassen wir das! Haben wir noch irgendwelche Mods? Ich habe eine Sene oder so gekriegt, ne? 5% Wildtier, 8% LDA! Da lassen wir das drin! Wir sind doch nicht bescheuert! Mit der Rüstung kommst du nicht in die Nähe des Essens! Das wollen wir mal sehen! Patnisfleisch! Äh... Okay! Einmal erst damit kochen! Okay! Kurz, kurz, kurz! Schutzfrucht! Nehmen wir! Wir brauchen was zum Ein... Oh! Is! Arbeiter! Moment! Ich habe noch gar nicht eingeschaltet! Jetzt! 100% Energie! Du erleidest 30% Schaden! Boah! Das ist gut, Mann! Mageres Fleisch! Habe ich noch! 30%! Das ist ein Haufen Holz! Ich brauche Fleisch! Nicht Gas! Ich brauche es! Es ist ein Haufen zu tun! Der Schalter ausmachen! Danke! Kann ich da irgendwo sortieren? Jan-Erik hat sich aufgestanden! Da haben wir einen Spieß! Was machst du das? Effekt da. Das ist aber so gut, das will ich noch nicht verschwenden. Okay. Upsi. Sorry. 30% Schaden. 30% Schaden. Yummy, yummy. Akzeptieren. Was ist jetzt mit dir? Ich komme nicht in der Nähe des Zeichens. War wohl nichts. Wow, 35% Schaden. Wow, also kochen ist Bombe, ha? Wenn ich jetzt wo solche Früchte reinknall. Das will ich. Oh, 30% allgemeine Gesundheit. Geil. Dann lassen wir. Der Rest lagert mal rein. Gut. Das ist ein Fortschritt. Na geil, du schaust. Hättest du nicht gedacht. Sturmgewehr. Drei Schaden. Das ist ja nichts. Fremde. Ja, was ist mit mir? Liefern. Dua verdient auch Unterstützung. Ja, oder nach dem anderen? Ah, Quests. Geschwunden, Erwähnungen. Wo sehe ich, wo sie die alle brauchen. Nothing. Nirgends. Im Jagdbuch. Was haben wir denn für Quests offen? Wir verfallen mir mal den. Sprechen. Was jetzt mit dir? Wir brauchen keine Einmischung von außen. Das Lager Spinnfädensee. Ah, da hinten irgendwo. Okidoki. Wir machen uns auf den Weg. John. John. Boah. Sieht das geil aus. Mega. Da hinten. Vor allem wenn es dunkel wird, dann schaut es noch voll voll geil aus. Stöcker. Weitelfall. Ich hätte jetzt echt gern mal einen schweren Bogen oder so. Der soll besser sein. Wo ist dein Clan? Wo ist dein Clan? Boah, den geht es nicht mehr. Oder jedenfalls nicht mehr viele davon. Schutzfucht. Ah. Nehmen wir mich. Da oben. Ist da oben was? Ne. Ich denke nicht. Kann ich die plündern? Ne. ganz ehrlich sagen, die Eile ist ganz schön weit weg. Oh. Blitzi dingsi bumsi. Ok. Ich geh, ich geh, ich geh. Sorry. Ich versuche was wert. War da was? Nö. Boah. Ist da was oben versteckt? Ja. Was machst denn du? Wie viel Heilung haben wir mir eigentlich dabei? Wo ist er? Ach da. Oh Gott. Oh die Heli. Ich werde gleich sterben machen. Schönen. Oh. Ne. Die sind jetzt zwei. Nein. Spann dich mal. Wir sind bald wieder ein Ballon. Wir könnten Verstärkung gebrauchen. Oh. Oh Gott. Ich hab keine Heilung dabei. Wieso? Essen. Ich hab keine Heilung. Boah um. Ich hab keine Heilung. Boah um. Was gibt's denn da? Kriegst du mich nicht. Wo bist denn du dran, he? Oh, oh. Cha-la-la-la-la. He-he-he-he, hell no. He-he-he-he. Okay. Die fette Kloppos sind schon mal weg, das ist gut. Ich hoffe, da ist noch ein fetter Kloppo. Ich hoffe, die bringen keine Verstärkung. Ich sehe nichts. Null. Oh Gott, so danklich ist dein Muni aus. Meine Gesundheit ist nämlich im Arsch. Uff, da, da, uff, da, da. Das Problem ist, ich kann mich da echt nicht verstecken, ne? Aber sie holt auf. Okay. Ah, das ist kaputt, Gott sei Dank. Oh nein. Achtung, Mann, Drei. Ah, das ist kaputt, Leute. lau ui 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 die verstärkungen habe nicht gut unfair hallo sich streit doch das ist da Ich brauche halt echt Heilung. Ersatzteil. Futter, Futter, Futter. Oh Gott. Ihr seid immer so stressig. Noch mehr Showpatronen, da habe ich schon... Oh, ich kann keine mitnehmen. Oh Gott.